Und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Max Payne 1. Wir stehen hier vor diesem Hindernisparcours aus Lasern und müssen versuchen, ihn möglichst glimpflich zu durchlaufen. So, ich speichere jetzt mal. So. Ah, fuck, Junge, ich wusste es. Okay. Wo bist du? Verdammt, Mann. Das muss doch besser gehen. So, nicht. Hier nochmal speichern. So, jetzt sind meine Ingrams wenigstens alle. Abfuck. Äh. Äh. Speichern. Hu. Hu. Oh, damn shit. Ihr Parkour Okay Verdammt man Kaltkommando ist voll Hä? Ach ne das ist äh Oder? Hä doch Penkeler Hä nur wie komm ich da hin? Ich will die haben verdammt Ach so Mann Hab ich mich jetzt irgendwie getrollt gefühlt Okay Hm und ich glaube Ich erinnere mich nur an so vieles aus dem Spiel Zum Beispiel dass diese Bratzen dann gleich kommen Schön Boah alter mir darf man echt keine Anfeuerwaffe geben das geht ja mal gar nicht Boah ich glaube ich muss öfters mit dieser Waffe arbeiten Find ich ja irgendwie ultra Kann ich ja eigentlich äh mal kurz speichern Nein okay Ich kann diese Laser also doch nicht ausschalten Und dann würde ich jetzt sagen Begeben wir uns einfach mal in den nächsten Stock Moana Das Problem geht mit ihr Sie ist der Bad Guy hier 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 in meinem Waffe Ich wusste die Appetiten von Ghosten intimately Sie sind der Bad Guy hier in meinem Waffe Kontakt Hör wo Wann habt ihr schon der Kontakt hier Fuck you Ah jetzt darf ich es alles nochmal machen So ein Scheiß Wir reden gleich über diese Szene Ach geht mir doch nicht auf den Piss man Tralala Tralala Zack und zack Alter Alter Haben wir es bald Vielen Dank So Und die gute Mona Ist dann wohl Tod Wenn der elevator kam zurück Mona war gone There was a lot of blood but nobody Something clicked for the final time My mind had never been so clear As if somewhere high above the storm clouds were already gone Cold stars blazing from the black skies Okay Das Blut von Mona liegt hier Aber Mona ist weg Und seht ihr das dort oben Wir werden gleich keinen Spaß haben Glaubt mir Geht das eigentlich Was denn Ich geh gerade mal auf die Ah fuck you man Lass nach So Ich hab gespeichert Kommando So Wo müssen wir denn hin Hier vielleicht Nein Dort Nein Nein Ich hab gehocken Aber Ich habe Double cool Chillt mal bitte euer Leben da oben, okay? Ach komm, die haben doch beide gelitten! Schnauze! Kein Bock mehr auf die Scheiße! So, Goldkommando... Oh! Haha! Das war jetzt Zufall! Okay, niemand mehr da! Painkiller! Und hier vorne haben wir einen großen, großen Knopf, ich glaub den drücke ich einfach mal spaßeshalber. Und was ist jetzt passiert? Aha! Super! Auf euch hab ich keinen Bock, ihr Pisser! Ziegeleine! Scheißdreck! Desert Eagle! Was hab ich die hier brauch? Huch! Fuck off! Hä, sind da... Nein, okay! Weiter geht's! Von hoch runter, von runter! Ach guck mal hier wie geil! Was macht denn er da? Ach so, ich muss da vorne reinspringen! Ach so, ich muss da vorne reinspringen! Was ist denn, wo ist denn? Der, was ist denn? Okay, es tut mir gerade leid für die Fram-Einbrüche, die ich war. Ach ja... Was soll denn? Der Scheiß... Alter Leute! Hä, hat er sie gerade selber umgebracht? Ja... Speichern... Wer will als nächstes? Ups... Und ich habe diesen... Diesen Raum hier damals gehasst. Weil ich nie wusste, was ich machen musste. Speichern... Reicht das schon? Aha! 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 Das ist er schon. Wo ist er denn jetzt? Stop shooting! Oh fuck! Scheiße, das ist mein Nummer. Hm. Hä? F*** dich doch! Mann ey! Scheißdreck! 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 Me all the way up! F***! Me all the way up! Mh. Who's next? Heh, fool. Verdammt, es tut mir leid, dass ich das immer zu wieder und wieder mache. Es geht nicht. Hä, wo ist er? So ein Scheiß, ne? Danke für die Penkeler. So. Ähm, ja, wir haben ihren Serverraum-Dingsbums hier ordentlich zerlegt. Und ich suche mir jetzt hier nochmal alle Munition sozusagen. Weil ich die auf jeden Fall brauchen werde. Okay, und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für diese Folge hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und mal gucken, wo wir dann schönes hinfahren werden. Vielleicht treffen wir in der nächsten Folge schon auf Nicole Horn. Und damit sage ich immer Tschüss und auf Wiedersehen.